Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal schauen wir uns ein Zahlenbeispiel an für eine limitationale Produktionsfunktion. Und wie Sie wissen, ist die allgemeine Definition der limitationalen Produktionsfunktion wie folgt. Da habe ich Ihnen hier aufgeschrieben, x ist die Outputmenge, ist gleich das Minimum aus jeweils dem Quotienten zwischen der Inputmenge qi geteilt durch den Produktionskoeffizienten ai. Und dieser Produktionskoeffizient sagt uns für jeden Produktionsfaktor, in welchem Verhältnis der eingesetzt werden muss. So, und weil diese allgemeine Form von i gleich 1 bis n eben nicht so gut handhabbar ist für konkrete Zahlenbeispiele, schauen wir uns das jetzt konkreter an. Und zwar habe ich mir folgendes Beispiel rausgesucht. Wir haben die Produktion eines Kleidungsstückes. Dafür benutzen wir drei Produktionsfaktoren. Und das heißt, pro Kleidungsstück, pro einem Kleidungsstück benötigen wir jeweils zwei Quadratmeter Stoff. Dann ist der Produktionskoeffizient hier eine 2. Der zweite Produktionsfaktor ist die Maschinestunden an der Nähmaschine. Das ist eine halbe Stunde. Dann tragen wir hier 0,5 als Produktionskoeffizient ein. Und dann haben wir noch einen Reißverschluss, der verbaut wird. Das ist der dritte Produktionsfaktor. Da steht dann eine 1 für den Produktionskoeffizienten. Und bei dieser Form, wo wir nur noch drei Produktionsfaktoren haben, können wir dann eben auch die Produktionsfunktion ein bisschen einfacher schreiben. Habe ich Ihnen mal hier aufgeschrieben. Das sieht dann so aus. Ganz konkret Q1, also das Minimum aus Q1 durch 2, Q2 durch 0,5 und Q3 durch 1. Das ist jetzt hier die konkrete Produktionsfunktion für unser Beispiel. Und dann können wir hier eben Zahlen eintragen, um uns die maximale Produktionsmenge x ausgeben zu lassen. Damit das hier ein bisschen einfacher ist, schreibe ich hier nochmal die Quotienten auf. Dann ist die Formel gleich ein bisschen leichter handhabbar. Aber man kann das natürlich auch anders machen. Der erste Quotient ist dann eben die Menge des Produktionsfaktors durch den Produktionskoeffizienten. Hier mache ich Enter und indem ich den Bobble runterziehe, kann ich die Formel eben erweitern. Und dann mache ich hier mal Beispielwerte. Für den Stoff, sage ich mal, würden wir 40 Quadratmeter einsetzen. Für die Maschinenstunden, sage ich mal, würden wir 8 Stunden einsetzen. Und wir hätten 15 Reißverschlüsse. So, und dann können wir eben die maximale Produktionsmenge x eben hier einfach über eine Excel-Formel uns ausgeben lassen. Nämlich das Minimum, genauso wie es in der Allgemeinformel steht. Nämlich Min und dann Klammer auf diese drei Quotienten. Klammern wir dazu. Und dann spuckt uns das eben aus, das Minimum dieser drei Werte. Und wir sehen, die Reißverschlüsse sind quasi unser limitationaler Faktor, also der Engpass sozusagen. Wenn wir diese ganzen Faktoren haben, dann sind wir durch die Reißverschlüsse eingeschränkt. Also wir könnten, was die Maschinenstunden angeht, noch mehr produzieren und auch was den Stoff angeht. Aber die Reißverschlüsse schränken quasi die Menge ein. Und das sehen wir eben daran, wenn wir jetzt hier nichts verändern und sagen, wir hätten dann viel mehr Stoff, sagen wir 2000, dann können wir immer noch nur 15 Kleidungsstücke produzieren, weil wir durch die Reißverschlüsse eingeschränkt sind. Wenn wir dann hier die Reißverschlüsse auf 16 erhöhen, können wir auch 16 Kleidungsstücke machen. Aber die 2000 Quadratmeter Stoff bringen uns in dem Moment erstmal nichts. Und das ist eben ein schönes Beispiel für die limitationale Produktionsfunktion, wo wir feste Einsatzverhältnisse haben.